Und damit herzlich willkommen zu Naruto Ultimate Ninja Storm! Ja, ähm, ich habe ewig nicht mehr dieses Spiel gespielt. Die letzten Folgen, die auf den Kanal kommen, waren mehr vorproduziert als alles andere. Das heißt, ich muss mich auch wieder in diese Steuerung eingewöhnen. Ähm, so, machen wir das aus. Damit, äh, Y konnte ich springen. Genau, genau. Oben habe ich ja meinen Energiebalken, der runter geht. Hier kann ich mit sprinten. Und, äh, wir gucken kurz auf die Map. Wir haben oben eine Quest. Das grüne waren, glaube ich, Einkaufsdinger. Das blaue waren Safe Spots. Das rote konnte man was essen. Und das andere war irgendwo so eine Tauschbörse. Ähm, dann gehen wir doch mal zu dieser Quest, äh, zu dieser besagte Quest. So rum sagt man das ja immer. Ähm, da. Hi! Hey, Naruto! Meister Hiraya hat nach dir gefragt. Er versucht, Gamakichi zu fangen. Oh Gott. Diese Name mal. Oder so. Wie auch immer, er will dann Hilfe. Okay, wir haben eine A-Rang-Mission jetzt endlich mal, glaube ich, bekommen. A-Rang-Mission? Ah ne, S-Mission ist die höchste. Ist jetzt die Frage? Wo war die? Wo war die? Ah, okay. Aber. Zerstöre. Ah, okay. Die haben wir? Ja. Okay. Eine haben wir. Ich würde aber sagen, für den Anfang. Ich weiß halt, oh, ne, ja, gut. Ähm, haben wir B alles durch? B haben wir alles durch. Bei C fehlt uns eine. Ach, das war diese komische, glaube ich, ne? Ja, genau, genau, genau. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Bei A sind noch ein paar drinne. Aber, ich würde sagen, es sind nicht mehr viele Hauptquestes. Oder, ja, genau. Und, ähm, ich würde mal sagen, für die Folge, fangen wir doch mit einer Hauptquest an. Wirbelwind des hübschen Teufels. Naruto war Kimimarus Angriffen unterlegen. Zusammen mit Lee, der zur Hilfe eilte, wendete sich jedoch das Blatt. Nein, ich will jetzt nicht nochmal mit Lee diesen Typen fertig machen. Naruto ließ Lee zurück, der sich Kimimaru stellte und eilte weiter. Och. Okay, ich muss jetzt mit Lee den Kimimaru fertig machen, der so präzise auf Fernkampf und Nahkampf fixiert ist. Ich weiß noch, dass sie in der letzten Folge absolut keinen Bock mehr drauf hatte. Und, ähm, echt froh war, dass es rum war. Äh, es schien, als würde Kimimaru mich besiegen. Aber buschige Augenbraue rettete mich. Danke ihm, danke ihm, konnte ich Sasuke folgen. Aber ist buschige Augenbrauen gefahren. Dieser Kimimaru ist wirklich stark. Sei vorsichtig und konzentrier dich. Nein. Der hübsche Teufel jagt durch wie ein Wirbelwurm. Wind. Rock Lees Kampf der Seelen. Gewinne den Kampf, Gegner mit hoher Geschwindigkeit. Ja, und Lee ist so ein Nahkämpfer. Haha, nein, geh weg, geh weg. Ich weiß... Oh, oh. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wie konnte ich nochmal... Irgendwie konnte ich doch... Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, ich guck's mir nochmal schnell an. Bewegen, ausweichen, blocken. LT und RT, das ist schon mal gut. Block genau dann, wenn du angegriffen wirst. B ist angreifen. Drücke wiederholt B, dann kannst du in der Luft verwenden. Halte B gedrückt. Den ultimativen Einschlag. Extra Treffer unten. Drücke B bei einem niedergeschlagenen Gegner. Wurf. Blocken plus B. Abwehr Brecher. Greife an... Greife einen blockenden Gegner an. Schuriken X springen A. Beim Springen drücke A. Halte A. Ninja Move. Drücke... Ninja Sprint ist zweimal A. Drücke... Rückprall. Drücke bei der A-Landung. Charakt... Achso, Chakra Ladung. Chakra Shuriken. Chakra Sprint. Ninjutsu. Halte B gedrückt, wenn das Ninjutsu benutzt. Chakra Aufladen. Ultimative Nat... Okay. Hilfsangriff. Hilfsangriff. Oha, ich lerne hier noch richtig was. Okay. Probieren wir es aus. Mach ihn fertig! Nein! Ah! Ich krieg das mit diesen Blocken nicht hin. Okay, okay. Uh! Ich wusste es, du... Nein! Puh! Okay, 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 okay. Ich muss echt wieder in dieses Spiel reinkommen. Komm! Komm, komm, komm! Komm! Oh, Alter! Ich weiß nicht genau, wie ich das mit dem... Wie ich das mit dem... Ähm... Blocken mache. Wie mach ich das denn mit dem Blocken? Oh, damit hab ich ihn gut gekriegt! Irgendwie hab ich ein Debuff drauf, hab ich das gesehen. Ja! Ja! Oh mein Gott! Wie mach ich nochmal... Wie mach ich nochmal mal ne Ult? Schön hoch, schön hoch, schön hoch. Ja, okay, A, B, X, B, Y, A, A, X, oh, ich bin so schlecht. Nein, er ist so gut ausgewichen, was? Wie block ich das Ding? Ich muss dieses Blocken unbedingt. Oh nein, er hat mich. Oh, das ist so, dieser Gegner, dieser Gegner. Da fängt die Runde schon wieder richtig gut an hier, die Folge. Ach, komm, ich krieg den. Okay. Irgendwie muss ich doch... Wie mach ich das? Muss ich beide drücken? Muss ich beide drücken? Einfach, einfach durchspammen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damit hab ich... Komm, 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 komm! Ja! Puh! Ah, du Arsch! Ja! Du Arsch! Du Arsch! Y, Y, B, A, Y, B... Ich spamm einfach durch. Ah, scheiße! Jetzt hab ich kurzzeitig Xbox. Ach, Mann! Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ja! Oh mein Gott! Richtig gut abgeblockt! Du Arsch! Ah! Ach, komm! Irgendwie muss ich doch abblocken! Wie block ich denn ab? Puh! Ja! 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 Oh mein Gott! Also wir sind grad ziemlich gleich auf. Wie, 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 wie? Warte mal! Was? Du Arsch! Oh, Mist! Das hab ich nicht hingekriegt! Ja! Ja, ja, ja! Komm! Irgendwie muss ich doch... Wie, 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 wie weiche ich aus? Wie? Ach, Mann! Ach, Mann! Das ist so ein heftiges Game gerade! Ja, okay! Y, 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 A, B, A... Ach, ich bin so schlecht! Ich muss das echt wieder üben! Manchmal krieg ich's da hin! Aber nicht immer! Junge! Was? How? Komm, komm, komm! Nicht mit mir, du Arsch! Ich... Ja, 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 ja! Oh mein Gott! Okay, 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 okay! Nein, 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 nein! Zeit abgelaufen! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Guckt euch das an! Guck! Guckt euch das an! Wir sind gleich auf! Vom Leben! Okay, er hat vielleicht ganz bisschen mehr, aber wir sind gleich auf vom Leben und... Ach, die Zeit ist einfach nur abgelaufen! Was? Ey, komm! Komm! Wie block ich diese Scheiße ab? Ah, du Arsch! Ah, ich wollte dich austricksen, du Arsch! Du Arsch! Hör mal auf damit! Wie block ich? Oder kann der gar nicht blocken? Okay. Komm, komm, komm! Das muss gereicht haben! Das muss gereicht haben! Ja, es hat gereicht! Oh mein Gott! Okay, 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 okay! Okay! Komm, 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 komm! Hau, hau ihm richtig schön runter! Ja! Ja, 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 ja! Also wir sind auf jeden Fall gleich auf! Gleich auf! Würde ich sagen! Weil der macht uns sowieso gleich, so gleich wieder platt! Ja, da fällt einfach gerade was runter! Ich sag's doch! Ja! Oh, ich kann's langsam! Also der, der Move, der gehört mir mittlerweile! Du Arsch! Ja! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Hä? Ich hab geblockt! Ich hab geblockt! Was? Was? Oh mein Gott! Er macht jetzt Moves! Jetzt hab ich's hingekriegt, oder was? Ja! Komm, 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 komm! Ja! Oh mein Gott! Ich hab's hingekriegt, Leute! Ich hab's hingekriegt! Alter! Oh, Lee! Du bist mein Held! Bei den anderen hab ich bestimmt das die doppelte Zeit gebraucht! Oh, manchmal reicht's doch einfach nur draufhauen, der kommt hoch und wieder runter! Ist nicht so die feine Art des Ninjas! Aber gut! Bei dem brauch ich das! Oh! Erstmal, erst mal speichern! Jo! Ja, speichern! Oh, erst mal 14 Minuten! Erstmal die halbe Folge, haben wir nur verbracht! Ähm... Diesen blöden Dings umzubringen! Ja, okay, das hat nichts gebracht! Achso, das ist ja das mit diesen Leinen! Äh, hier ist einer! So, dann gehen wir mal hier rüber! So, halte A zum Drehen! Hallo? A? Ah, jetzt! Ja! Okay, gut! Dann, da hinten sind noch welche aufgetaucht und wenn ich hier auf das eine große Gebäude das große, runde Gebäude Ähm... Dahin, in der Richtung bin ich der Meinung... Da? Ja. Da hinten ist es doch schon. Halloweenada! Ähm, ich habe gehört, Sasuke hat das Dorf verlassen, aber hat er das wirklich getan? Ähm, alles, was ich anbieten kann, ist ein bisschen Ermunterung. Ähm, viel Glück! Ähm, sie ist so süß! So, rauf hier! Dann holen wir uns die mal. Ähm, die gingen das mit mehreren an, wie es so... Ah, so! Einen habe ich noch! So! D-d-d-d-d-d-d! Einmal drum herum! Habt doch alle! Yes! Und dann gehen wir zurück und wir nutzen noch die anderen da und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Nebenquest! Das ist doch das hier auf dem Boden nicht! Oh! So, Nebenquest! Missionsliste! Und zwar die A-Mission! Eine Laufmission! Und dann muss ich noch da hinten, das ist ganz gut, weil da hab ich noch Sachen nicht eingesammelt. Ähm, gehen wir so. Und hier runter? Und hier rüber? Und da sind sie doch schon! Die holen wir uns dann mal alle. Sehr schön! Dann haben wir die eingesammelt und da müsste die Mission irgendwo... Ach nee, hier drüben. Da! Hey, Shui! Du hast wohl Probleme mit dem Park... mit Parkun, wie? Naruto, ich muss ihn fragen, bevor er all meine Snacks isst. Ihn... Achso, ihn fangen. Ich bitte die Jungs fangen! Ja, und mit meinem blitzschnellen Bein bin ich nicht zum, äh, fangen. Snacks oder keine Snacks, das Spiel hört sich nach Spaß an. Hey, Parkun, wie wäre es, wenn ich Shui Platz einnehme? Aber klar doch, wenn du dich blamieren willst, niemand kann mich fangen. Oh doch, das zeigen wir. Ein heftiger, aber merkwürdiger Kampf um Snacks, die Verfolgungsjagd und Parkun mit Naruto. Äh, die Verfolgungsjagd mit Parkun und Naruto. Aber wenn du das, wenn du versagst, nehme ich mir mehr Snacks von diesem Kind. das wirst du nicht. Das tut mir schon mal leid, Shui. Sicher wirst du das nicht. Äh, Naruto, ich vertraue dir. Alles klar, legen wir los. Er tut mir jetzt schon leid, weil ich alle seine Snacks verlieren werde. Nähere dich dem Ziel, meide Bäume, bewege den linken und stick nach links und rechts, wenn man rute zum Ziel kommt. Sammel unterwegs. das Item, ja, okay. Dann würde ich mal sagen, einmal nach links. Mist. Ah, B ist woanders. Stimmt ja. Äh, Och. Ich drücke mal irgendeine Taste. Ah, das ist keine gute Runde. Shui, es tut mir jetzt schon leid, ne? Also, ich sehe ihn zwar schon da irgendwo rumhütten, aber dadurch, dass ich so oft auf die Fresse geflogen bin. Eieieieiei. Oh, ich sehe schon mal sein Zeichen. Oh, oh. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich komme näher. Keine Fehler machen. Keine Fehler machen. Keine Fehler machen. Du Arsch. Ich habe es gesehen. Nein. nein. Oh, ich war so nah. Komm, 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 komm. Und da, ach, ich hatte aber keine Chance, weil ich hätte entweder die Bäume oder das Ding mähen müssen. ja. Oh, das war so knapp. Ich hätte ihn bestimmt einmal kriegen können. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Wäre ich, glaube ich, nicht am Anfang so oft hingefallen, dann hätte ich das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp gerade. Sehr schön. Ah, ich habe doch B gedrückt. Ich habe wirklich diesmal B gedrückt. Vielleicht ein bisschen zu spät. Junge, kriege ich jetzt gar keine Booster mehr, weil der so nah ist, oder was? Ich versuche auf gleicher Höhe mit ihm zu sein. Nein, 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 das zählt nicht, das zählt nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ich war niemals in seinen komischen Feuerdingern da. Okay, es wird wieder eine Run auf den letzten Sekunden. Nein, ich habe B gedrückt. Ich habe B gedrückt. Nein, oh, das kann ich vergessen. Ich komme nie wieder an den Sonnen, ja. Ach. Ja, ah ja. Ah ja. Ah ja. Das war knapp. Das war knapp. Wir machen es noch einmal. Warum müssen die denn auch immer was werfen? Das ist immer so unfair. Weil es ja sagt, oh, du kannst mich nicht fangen. Aber normales Fangspiel, sorry, hat nichts damit zu tun, dass man irgendwem immer wieder was in die Oh, Fresse schlägt. Also bitte. Das ist kein sozialer Spieler. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Konzentrier dich. Habe die Tastatur im innerem Auge. X! Nein, ich habe Y gedrückt. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. War das knapp? Das knapp? Oh, jetzt habe ich A gedrückt. Ich glaube es nicht. Ach man, hab die Tastenbelehrung im inneren Auge. Unten ist A, seitlich ist X, oben ist Y. Jetzt noch! Nein! Nein, noch! Komm schon, 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 komm schon. Oh je, die letzte Sekunde noch irgendwie. Nein! Oh, das war schon wieder so knapp. Okay, lieber mache ich es weniger, weil ich glaube, du hast immer wieder die gleichen als unterschiedliche. Ich versuche jetzt mal zeitlang neben ihm her zu springen und gucken, ob ich jedes Mal die gleichen, ähm, ja, Dinger bekomme. Die gleichen Tastüberlegungen. Weil dann kann ich mich ja in, ach, ich habe alles mögliche gedrückt, aber keine Ahnung. Ähm, dann kann ich ja im Endeffekt, wenn es immer wieder die gleichen Tastüberlegungen ist, gucken, dass ich dann mich drauf vorbereite und in Ruhe diese nehme. nicht mit mir, Parkrun. Du! Habt ihr das gesehen? Ah, ich habe A gedrückt. Hey, ich muss aufhören, meinen Finger auf irgendeiner Taste zu haben. Immer schön dicht drüber, aber, ja, es ist doch sowieso jetzt schon wieder vorbei. außer ich kriege es jetzt in der letzten Sekunde hin und treffe auch das Richtige. Nein! Och, das ist immer so gemacht. Mann! Diese Lovefest. Ich will, ich will nicht, dass er, ach, ich will nicht, komm, letzte, letztes Mal, ich will halt nicht, dass Chewie seine Snacks verliert. Der wird mich hassen, der wird mich so hassen. Aber er hat ja gesagt, er vertraut mir, ne? So. Da hinten haben wir ihn schon gesehen. Nochmal. Perfekt. Okay, wir haben relativ viel Zeit, sogar. Ich wusste es. Okay, X. Ja! Okay, es ist das gleiche auf jeden Fall. Oh, mein Gott. Wir haben Parkhuhn gefangen für die letzte Folge. Haben wir einfach mal alles abgeschlossen. Oh, mein Gott. Yes! Ach, Chewie. Ich hab's nur für dich getan, für deine Süßigkeiten. Ah ja. Ja, Sieg. Ich wusste, du schaffst es, Naruto. Ach. Oh, ich bin so glücklich. Willkommen zu Hause, meine lieben Snacks. Problem gelöst. Ich hatte nie gedacht, dass er mich fängt. Das Kind ist eine Überraschung. Ja, ich hatte ja auch keine fünf Anleihen. Na gut, so, wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Der ist da oben. Dann würde ich einfach mal sagen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch sehr, sehr gerne. Speichern, ja. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und gerne dürft ihr auch was in die Kommentare schreiben. Ähm, das Projekt nähert sich ja auch so langsam, äh, wie wir sehen, dem Ende zu. und, ähm, ich weiß schon, was als nächstes, als nächstes nach Naruto kommen wird für ein Projekt. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich glaube, ich werde es in der vorletzten oder letzten Folge mal erzählen, was es so gibt. Und, genau, wir haben ja noch ein paar Nebenquests, die gemacht werden müssen. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich alle mache, weil diese ADC-Mission, die soll da eigentlich eine S-Mission, äh, Mission sein, was die irgendwie nicht hingekriegt habt. Äh, ihr könnt gerne die, äh, in die Playlist schauen, von Naruto. Da könnt ihr alles weitere reinschauen, auch, äh, über diese eine, ja, Mission, die ich nicht geschafft habe. Und, ja, genau, dann würde ich sagen, das ist, das war's heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!